So, Golfi-Tür, meine Damen und Herren, ne? Ah, die Fresse. Ja, was geht? Ja, so. Wir haben auf jeden Fall gut abgeschnitten, würde ich sagen. Gut. Heißt, das könnte wieder, ähm, Klicks geben, auf jeden Fall. Wenn nicht, dann sind das einfach dumme Bastarde, Alter. Egal, wenn, dann machst du Fortnite noch mehr, nenne mich, dann müsst ihr auch erkranken. Hm, lecker Döner, Alter. Haha, fett, sag mit Döner. Fett ist geil. Theo spielt Hantelpop. Was spielt der Hantelpop? Was für Hantelpop? Wie heißt das? Auf jeden Fall, wir spielen jetzt die Map Pirate Invasion. Hanypop. Und Theo spielt ja Hantelpop. Ich hab das, ich hab, ich hab das I als ein T gesehen. Boah, was ist denn das für eine Scheiße? Wer macht denn sowas? Nee. Das ist ein, das ist ein richtig lange Golf Maps. Genau. Bah. Aber, ja, also hier, solche Maps mag ich generell nicht, die sind viel zu lang. Aber wie ihr seht, da ist ein Piratenschiff. Bürgermeister, was sagst du dazu? Äußerst schlecht, würd ich sagen. Genau. Genau. Oh mein Gott. Geht noch rein, alter Paar. Lecker, lecker, leckerli. Aber das ist doch bis jetzt nett. Oder nicht? Ja. Ja, geisteskrank auf jeden Fall. Zack. Ich bin weit als Joker. Genau. Hä? Ich hab keinen Schlag verbraucht, geil. Büsches. Hahaha. Loin. Nein. Los, 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 los. Büsches. Büsches. Ich habe, in meinen Augen sind es drei Schläge. Hahaha. Egal, ich bin trotzdem noch besser als Joker. In meinen Augen bin ich noch. Ja, ist es auch so. Hahaha. Ja, natürlich, alter. Lack rein. Ja, natürlich, zack. Toll. So, jetzt muss ich einen Luckshot haben, alter. Nein, der sieht scheiße aus. Der ist scheiße. Hahaha. Paar. Hahaha. Dun. Dun, 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 dun. Oh, Feier. Sieht mal wieder gut aus. Haha, jetzt nicht ein Glückwunsch. Was sagst du zu der Wintermusik? Die ist gechillt, aber ich finde generell, so bei Golfit die Musik gechillt. Hahaha. Was ist noch von Golfit? Was denn? Was für Golfit? Von Golfit für Friends. Na, die waren doch auch okay. Mal gucken, Leute, wann dort mal wieder ein, äh, ein Update kommt zu neuen Maps. Kann halt jetzt schon gekommen sein, wir haben ja nicht mal hingeguckt. Haben wir nicht mal geguckt. Aber ich denke nicht, dass sie noch was daraus tun. Denke ich irgendwie nicht. Wir können ja mal einmal gucken. Ich hab's ja zur Zeit installiert, weil... Der Speicher und so alles. Läuper. Hä, warum war... Hä, warum wurde es bei mir nicht gezählt, obwohl ich da drin war? Pff. Hä, wo muss man denn lang? Ich glaub, wir sind Vollidioten. Hä? Bei welchen Hole sind was? Sieben. Ich glaub, das da hinten ist, Alter. Ja, das muss da hinten sein. Junge, das kann... Ey, was ist denn das? Wer macht denn so eine Wichskülle? Wer hat denn so eine Wichskülle hier gemacht? Hä? Zu fest darfst du auch nicht machen. Ja, das ist ja auch nicht. Was ist denn das? Ja, ist Bullshit. Ist Bullshit. Lol. Ich glaub, ich bin drauf. Ja, endlich. Ja, Triple Boggy, aber trotzdem. Was ist denn das? Was ist denn das? Na, er feiert ja einen kompletten Boggy. Hä, bugts bei dir? Was hast du denn gemacht? Äh, Joker, guck mal auf meinen Punktestand. Leute, ich hatte fast einen Hole in One. Joker, guck dir mal meinen Punktestand an. Ja, bist du einfach nur dumm, oder was? Der hat 14 Schläge... beschiss, das Spiel backt rum. Also, da geh ich gleich auf den Themen-Speak rum. Ne, auf den Discord. Warum du hast R gedrückt die ganze Zeit? Sagt wer, hä? Ja, du, ich. Kannst nichts beweisen. Was für nichts beweisen? Ich hab's doch gesehen, Alter. Wie dann, hä? Drückst du die ganze Zeit R? Wie? Wie? Das kann man nicht hören. Hat man gehört. Und was man hört, ist, wenn der Igel kreist. Hahaha. Junge, Alter, was ist denn das für ein Rotz hier, Alter? Wie macht man den Scheiß? Ja, los, mach! Mann, Alter! Der ist zu weit. Ja. Mann, ey! Das ist zu weit! Ich hab echt die Schnauze voll! Ach komm, neuer Versuch, Alter. So, Joker, jetzt ziehen wir durch, oder? Hahaha. Perfekt. Ja, genau, Hacker. Ja, genau, Hacker. Warum nicht gleich so? Hacker. Warum nicht... Ich hab vorher... Ich hab... Was? Warum hast du gehackt? Warum hast du jetzt gehackt, Fire? Ja, ich hab einfach ganz schnell gemacht. Also schnell gehackt. Hä? Ich dachte... Ach so. Was musst du denn jetzt machen? Muss ich in den Scheißhut da rein jetzt machen? Oder was? Hä? Wo bist du denn? Ich... Zeig dir nicht. Hä? Ach, da geht's runter? Was ist denn noch so ein dummes... Dumme Map? Noch nie sowas dummes gesehen. Pa! Genau, geht... Genau. Mach volle Kraft! Siehste? Genau. Brautipps on fire. Brautipps on fire. Was sagst du dazu? Was? Brautipps on fire. Oh, ich bin ein Idiot. When the eagle cries! Bah, Alter! Bah! Was ist denn? Hast du dir in die Hose geschissen? Nee, ich hab... Ich hab gefurzt, Alter. Bah, Alter. Das kommt von den Zwiebeln. Deshalb stinkt das hier so... Oh! Aber es riecht, als hätte ich mir in die Hose geschissen, Alter. Bah! Es stinkt richtig nach Scheiß... Schiss, Alter. Es stinkt wie Joker, Alter. Komm, der war doch gut, oder? Ja. Also von eins bis zehn, so, ne? Was heißt, was ich da geben würde? Ja. Geh in die Sonderschule, du fette Stück Scheiße! Geh in die Sonderschule. Nee. Play Bronze! Hä? Wo muss man denn jetzt lang? Ich weiß wo. Bestimmt. Mal gucken, ob du es raus sendest. Ich weiß wo, aber wie soll das denn gehen? Ha! Hier ist das nicht, ne? Wo denn sonst? Ja, denk nach. Bug dich um. Nee! Scheiß Truhe! Sowas Dummes, lange nicht mal gesehen. Herzlichen Glückwunsch, der... Es ist... Es ist ne nette Idee. Herzlichen Glückwunsch an den Blödsinns Award, Alter. Ach, das ist Bullshit. Hä? Der hat bei dir nicht mal gezählt! Hä? Ich bin unten auch an die Couch gekommen und das hat gezählt. Also, Rauke, es ist ein bisschen schlecht, wie du gar nicht spielst. Nein. Wird trotzdem besser als du. Ha! Das heißt nicht alt, sondern wie... Geh zur Sommerschule. Go to Sommerschool. A-ha! 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 I-ho! Wird auch nicht im Ziel. A-ha! B-H-ha! 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 das spiel bescheißt das spiel hat ja hier geschrieben im discord beide fresse halten ich muss schreiben müsste jetzt schreiben shut the fuck up in puzzle schnauze feier du fette zwiebelwurst was für was für lacher was für ein dreck wie weit muss man da ich kann das nicht ja natürlich easy wei so easy man it's so easy man tja joker das ist wohl glaube ich zu weit ja natürlich landet er exakt da aber wenn ich so genau ich habe es komplett perfekt geteilt was ist das für ein beschiss ach leck mich am arsch drecks map scheiß dreck schlecht schlecht einfach komplett schlecht schlechteste map eu west feiern lacht einfach rein obwohl ich geteilt habe schlecht schlechte map 71 71 joker ja was ist denn das ist ein beschiss ja genau bremst jetzt ab genau beschiss naja jetzt habe ich einen boge wegen dem kack in dem kackhaufen von drecks programm ja bei dir geht es direkt durch bei mir packt es dort genau das ist eine timing sache was für timing junge das ist einfach ein stehen gebliebener stamm alter was laberstufen müll also joker ist gerade richtig schlecht da ja weil das spiel mich absolut bescheißt heute spiel bescheißt komplett heute ja weil das spiel mich bescheißt aber absolut herzlichen glückwunsch feier alter sei stolz darauf dass das spiel ich bin da drüber gesprungen ich achte darauf ob ich springen kann dann gucke ich mit v man das spiel bescheißt mich heute mann was ist das und weg spiel kannst du aufhören zu bescheißen du scheiß dreckspiel mann ja jetzt habe ich genau ja leck mich am arsch dreckspiel schlecht einfach nur schlecht genau sicherlich mach volle kann das bescheißt einfach heute komplett das spiel komplett bescheißt komplett gucken wir uns mal die map an wie ist die aufgebaut ach ist easy heute jetzt ich sag das so einfach nur schlecht gemacht die maps maps und alle komplett ganz schlecht sind schlecht gebe ich direkt eine schlechte bewertung weil es einfach scheiße und schlecht gemacht ist tut mir leid einfach nur beschiss und dreck dreck schlecht 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 nein tak ha Ah 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 Hätte fast einen holen One gehabt, aber das Spiel bescheißt wieder mal Nein, nein, nein Ah 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 Scheiße Du Komm schon Ah Naja, egal, Joker, war gut zu spät, ja, beschiss, alter Junge, denn Oma, alter So, hier, Joker, ich hab gewonnen, auf jeden Fall Herzlichen Glückwunsch Also, Joker, für deine Niederlage, hm, hab ich ja schon was Perfektes vorbereitet Herzlichen Glückwunsch dafür, dass das Spiel mich 30 Mal beschissen hat, dass du einmal gewonnen hast Herzlichen Glückwunsch So, also, Joker hat mal wieder verloren, deshalb Hahaha Junge Hör auf, Fettsack Fettsack Was sagst du? Oh Ich hab's dir gesagt Sauen sind nicht witzig, Fettsack Ich weiß So, also, Joker hat leider verloren Deshalb, also, Joker würde, glaub ich, lieber, im kompletten Drogenzustand Ninja Gaiden durchspielen, ne? Schnauze, Holte, du Wurstfinger Schnauze, Holte, du Wurstfinger